Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch ich möchte mich zum Beginn dem allgemeinen Dank anschließen an die Expertinnen und Experten, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abgeordnetenhauses und der Fraktionen und an den Vorsitzenden der Enquetekommission. Ich schließe mich dem Lob für seine Verhandlungsführung an und dass er von Anfang an durchgesetzt hat, dass in dieser Kommission nicht entlang von Koalitions- oder Fraktionsgrenzen diskutiert wurde, sondern entlang der Sache. Anders hätten wir dieses Ergebnis in dieser Form nicht zustande gebracht. Meine Damen und Herren, der Bericht der Enquetekommission listet eine Vielzahl von Maßnahmen auf, wie Berlin das Ziel der Klimaneutralität erreichen kann. Und der Bericht der Enquetekommission macht auch deutlich, dass wir vor einem grundlegenden Umbau der energiewirtschaftlichen Strukturen in diesem Land und in dieser Stadt stellen. Energieproduktion und Energiekonsumption werden sich grundlegend ändern. Es wird nicht mehr so sein wie in der Vergangenheit, dass wir aus großen zentralisierten Kraftwerken den Strom beziehen, sondern wir werden eine Vielzahl von Akteuren haben. Und ich sage an dieser Stelle auch aus dem Bericht der Enquetekommission ergibt sich, dass die Geschäftsmodelle der großen, alten fossilen Energieversorger nicht mehr funktionieren werden, dass sie obsolet sind. Und aus der Tatsache, dass wir in den letzten Tagen von allen Energieversorgern große Wertberichtigungen und Abschreibungen mitgeteilt bekommen haben, zeigen, dass das Ende dieser fossilen Sauriere zu Ende geht, meine Damen und Herren. Zweitens. Wir brauchen Verbindlichkeit. Wir brauchen Verbindlichkeit bei der Umsetzung der Energiewende. Denn im Land Berlin, das wissen wir alle, liegt es nicht an einem Mangel an Papier, sondern es liegt an einem Mangel an Verbindlichkeit und Konsequenz in der Umsetzung. Und deshalb hat die Enquetekommission hier auch klare Mechanismen vorgeschlagen, nämlich, dass zu Beginn einer jeden Legislaturperiode ein klarer Maßnahmenplan verabschiedet wird, dass der auch verbindlich gemacht wird und dass er auch kontrolliert wird in der Umsetzung. Und wenn eine Maßnahme ausfällt, er durch eine andere Maßnahme ersetzt werden muss. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass wir diesen Bericht jetzt hier fraktionsübergreifend bei den 97 oder 95 Prozent verabschiedet haben, eine gute Grundlage ist, eine solche Verbindlichkeit herzustellen. Aber, meine Damen und Herren, wir können auch in dieser Legislaturperiode noch einiges tun. Der Bericht formuliert unter anderem die Vorreiterrolle der öffentlichen Hand. Wir wissen alle, dass da vieles im Argen liegt. Und wir wollen bis zum Jahre 2030 eine klimaneutrale Verwaltung erreichen. Und der Kollege Schäfer hat das schon gesagt, das verlangt Investitionen. Und die Gelegenheit für Investitionen besteht mit diesem Landeshaushalt. Und es gibt Anträge für diesen Landeshaushalt, für die Energiewende, für die Umsetzung der energetischen Sanierung, zusätzliche Mittel bereitzustellen. Und das wird ein Prüfstein sein, ob das, was wir fraktionsübergreifend als gute Absicht formuliert haben, ob sich das auch in diesem Haushalt in der Tat wiederseht. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition und von der SPD, das wird sich nicht nur darin ausdrücken, ob man einen Merkposten von 1.000 Euro einsetzt, sondern ob man einen wirklichen, als Beginn einen zweistelligen Millionenbetrag einsetzt. Deshalb meine, ein Appell an dieser Stelle, den Worten müssen jetzt auch Taten folgen. Wo wiederum Taten folgen müssen, ist beim Thema Stadtwerk. Die Enquete-Kommission formuliert für das Stadtwerk umfassende Aufgabenstellungen. Aufgabenstellungen, die auch wieder Investitionen, die Eigenkapital bedürfen. Und die vor allen Dingen bedarf, Sie haben es schon angesprochen, dass die gesetzlichen Restriktionen, die durch einen irrationalen Koalitionskompromiss zustande gekommen sind, endlich aufgehoben werden. Eine riesige Mehrheit in diesem Haus will, dass dieser Zustand aufhört, dass dieses Stadtwerk nur ein Bonsaistadtwerk ist. Und wenn der Kollege Buchholz jetzt auch einen Stromliefervertrag mit diesem Stadtwerk hat, da muss man dazu sagen, das ist gegenwärtig Bückware. Die dürfen dafür nicht werben, das kann man nur unter dem Ladentisch erwärmen. Ich will aber, dass dieses Stadtwerk bekannt ist allen Berlinerinnen und Berlinern und dass jeder Berliner und Berliner hier einen Vertrag bekommen haben. Und deshalb muss diese gesetzliche Restriktion weg, meine Damen und Herren. Und eine weitere wichtige Erkenntnis dieser Enquete-Kommission ist die Tatsache, dass wir in der Energiezukunft ein zunehmendes Zusammenspiel von Strom, Gas und Fernwärme einschließlich der Nahwärmenetze haben werden. Wir werden eine Situation haben, wo wir zunehmendem Maße erneuerbaren Überschussstrom haben, den wir nutzen für die Produktion von Wärme im Rahmen von Power to Heat, womit Überschussstrom kurzzeitig zwischengespeichert werden kann. Wir werden zukünftig eine Situation haben, wo Überschussstrom genutzt wird, um Gas zu erzeugen durch die Power-to-Gas-Technologie und das Gasnetz darüber auch zu einem Gasspeicher wird von erneuerbarem Gas und damit auch die Möglichkeit besteht, dann auch dezentrale Anlagen zu befeuern. Meine Damen und Herren, das macht deutlich, diese verschiedenen Medien konvergieren, sie wachsen zusammen und deshalb haben wir auch die Schlussfolgerung gezogen, wir brauchen einen integrierten Netzbetrieb perspektivisch für Strom, Gas und Fernwärme und aus einer Hand und ich sage, ein solcher integrierter Netzbetrieb kann nur in kommunaler Hand integriert werden, meine Damen und Herren. Und deshalb war ich doch sehr erstaunt über den, naja, überstaunt nicht, man musste es befürchten, über den Senatsbeschluss vom letzten Dienstag, weil mit dem, was Sie da vorschlagen, 50 Prozent am Stromnetz, 51 Prozent am Gasnetz, 51 Prozent an der Gasack, die man aber nicht dauerhaft halten will, 25 Prozent an der Netzgesellschaft, wird man keinen integrierten Netzbetrieb hinbekommen. An dieser Stelle schon mal eine klare Missachtung von Seiten des Senats in diesem Beschluss der Empfehlung der Enquete-Kommission. Zweitens, zweitens sagt die Enquete-Kommission auch sehr eindeutig, es ist ordnungspolitisch nicht erwünscht, dass der Grundversorger, konkret Vattenfall, bestimmenden Einfluss und einen mitbestimmenden Einfluss auf das Stromnetz hat. Was beschließt der Senat? Wir wollen das Stromnetz aufteilen 50-50, 50-50 zwischen Vattenfall und dem Land Berlin. Auch hier eine klare Missachtung des Beschlusses der Enquete-Kommission. Und der Kollege Schäfers hat schon gesagt, auch die Enquete-Kommission empfiehlt 100 Prozent am Stromnetz. Nun weiß ich ja, dass man manchmal politische Ziele nicht in einem Schritt erreichen kann. Und dass man möglicherweise Zwischenschritte gehen muss. Aber das ist kein Zwischenschritt. Meine Damen und Herren, das ist schlichtweg morgst. Das ist morgst. Es ist kein energiewirtschaftlicher Sinn darin zu erkennen, wenn Sie auf der einen Seite bei der GASAG 51 Prozent des Netzes nehmen, ja damit die Hälfte des Cashflows wegnehmen und dann mit 51 Prozent oben einsteigen. Was ist der Sinn davon? Muss mir mal einer erklären. Zweitens. Dann sagen Sie, wir wollen eine Option auf die 100 Prozent oder weiß nicht, oder mehr Prozent im Jahre 2023. Ich glaube, das wird lange im Senat ausgekegelt worden sein, wie diese Jahreszahl zustande kommt. Irgendwie muss ja ein Kompromiss zustande kommen. Vielleicht war die CDU bei 2030 und die SPD hat sich durchsetzen können auf 2023. Ist jetzt auch nicht so essentiell. Ich sage nur, mit diesem Senatsbeschluss, wenn der umgesetzt wird, zementieren Sie energiewirtschaftliche Strukturen auf die nächsten 10 oder 15 Jahre. Und ich sage an dieser Stelle auch ganz persönlich, wir haben einmal eine vermurkste Teilprivatisierung einer großen Koalition anschließend als Erbe übernehmen müssen und uns zehn Jahre damit rumärgern müssen und einen hohen Preis dafür zahlen müssen. Ich sage ganz klar, wir haben keine Lust, eine vermurkste Teilrekommunalisierung als Erbe zu übernehmen. Das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich. Und ein letzter Satz. Ich habe ja mit Freude die Skepsis aus der SPD-Fraktion sowohl gestern Abend als auch heute in der Rede des Kollegen Buchholz noch einmal zur Kenntnis genommen. Und ich weiß auch, wie schwierig das ist, wenn man einen uneinsichtigen Koalitionspartner hat und manchmal nicht alles durchsetzen wird, kenne ich aus eigener Erfahrung. Aber es gibt einen Punkt, wo die Sozialdemokraten nicht auf ihren Koalitionspartner angewiesen sind. Und das ist die Vergabestelle. Da hat nämlich die CDU nicht mit reinzureden. Die Vergabestelle ist verantwortlich für das Vergabeverfahren ohne politische Beeinflussung. Und wenn die Vergabestelle zu der Erkenntnis kommen würde, dass es geboten ist zur Herstellung des von dem Energiewirtschaftsgesetz geforderten Wettbewerbs und geboten ist aufgrund der rechtlichen Fehler, die gemacht worden sind im Stromnetzverfahren, dieses Verfahren auf Null zurückzusetzen und dann auch die Möglichkeit zu nutzen, Berlin Energie bieterfähig auszustatten und als Unternehmen aufzustellen und damit auch die eigene Verhandlungsposition gegenüber Vattenfall zu stärken, das wäre eine Entscheidung, die die Sozialdemokraten mit ihrer Finanzverwaltung aus eigener Kraft treffen könnten, ohne einen Koalitionspartner dafür zu brauchen. Und da braucht man auch keine Angst haben, da braucht man ja auch keine Angst haben, die Aufforderung des regierenden Bürgermeisters doch einfach zu gehen, wird nicht befolgt werden. Die bleiben sitzen bis zum Ende der Legislaturperiode. Ihr habt jede Möglichkeit, die exekutiven Möglichkeiten und Chancen, die ihr habt, an dieser Stelle zu nutzen. Und deshalb denkt nochmal darüber nach, ob das die richtige Lösung ist, was der Senat beschlossen hat. Ich danke für die Aufmerksamkeit.